Willkommen auf unserem Kanal bei Schaub und Sohn. Heute stelle ich Ihnen eine robuste und widerstandsfähige Bodenlösung vor, die Fortelog Invisible Eco-Click-Fliesen. Eco-Fliesen bestehen aus recyceltem PVC und haben ein Verlegemaß von 45,3 x 45,3 cm. Sie verfügen über ein Airflow-System gegen Feuchtigkeit, das Schimmelbildung auf dem Boden verhindert und eine hervorragende Rutschfestigkeit der Klasse R10 bietet. Die Eco-Fliesen können problemlos mit Fliesen aus Vollmaterial zusammengeklickt werden und fügen sich nahtlos an diese an. Dank des verdeckten Verbundsystems sind die Fliesen frei von sichtbaren Fugen. Die Fliesen können wie Parkett versetzt verlegt werden, was zu einer effizienten Nutzung des Materials führt und Verschnitt minimiert. Sie sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich und ermöglichen eine einheitliche und ästhetisch ansprechende Bodengestaltung. Dank des cleveren Klick-Systems können diese Fliesen ohne spezielle Werkzeuge verlegt werden. Es ist kein Kleben erforderlich. Einfach klicken und fertig ist kann vorkommen, dass die PVC-Fliesen Eco nach dem Verlegen einen Geruch aufweisen. Bitte verwenden Sie diese Fliesen nicht in Kellern oder Wohnungen, sondern nur in gut belüfteten Räumen wie Garagen, Werkstätten, Industriehallen. Und das Beste, Sie können kostenlos bis zu vier Muster anfordern, um sich selbst von der Qualität und den Möglichkeiten zu überzeugen, die diese Fliesen bieten. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne per kostenloser Hotline, per WhatsApp oder per E-Mail zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuschauen! Abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie diesem Video einen Daumen hoch, damit Sie keine unserer Produktneuheiten verpassen. Bis zum nächsten Mal.